Ja, Freunde der Locke, schön, dass ihr draufgeklickt habt. Ich darf euch die Marie vorstellen und die hat wunderschöne Haare und sehr glatt. Und kriegt heute ihre ersten Locken von uns. Sie möchte sie nicht so fest, sondern irgendwo so im Mittelfeld. Ihr seid dabei. Viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Ja, Freunde, von der Wicklung habt ihr jetzt nicht viel gezeigt bekommen. Das liegt daran, dass bei uns jetzt viel los war und keiner Zeit hatte mit zu filmen. Aber das ist jetzt das fertige Ergebnis und es ist eben nach Naturbuchs gewickelt. Das heißt, wir haben geguckt, wo wachsen die Haare hin und wie sollen die Locken anschließend fallen. So, die Marie ist fertig. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht viel zeigen können, aber das Endergebnis. Die sind noch feucht, die sind nur ein ganz kleines bisschen angeföhnt, aber den Rest lassen wir Luft trocknen. Jetzt schaust du dir mal an. Und dann drehe ich dich um. Was sagst du, Marie, zu deinen ersten Locken? Sehr schön. Bist du happy? Ja. Ja, super. Ja, toll. Und bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne anrufen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, eine schöne Zeit und tschüss. Genau. Und danke. Und danke. Und danke. 千 Forever fouten. Und danke. Vielen Dank.